Jazzmusik als konstruiertes Industriespektakel, wie von Julian Temple schon zu Beginn unseres Filmes befürchtet? Kaum. Diese drei Herren hier in einem Vorort Manchesters, am Weg zu ihrem Probelokal an einer alten Kirche, sind Mitglieder der zwölf Personengruppe Jazz Defectors. Zurzeit jammern die Tänzer, Bläser und Perkussionisten noch semi-professionell zu ihrem eigenen Vergnügen. Doch schon im Frühjahr soll es im Plattenstudio ernst werden. Denn nun geringerer als Robin Millar, Starproduzent des New Jazz, hat ein Auge auf die Band geworfen. Die Jazz Defectors vereinen wahrscheinlich am besten die drei Ingredientien, die den New Jazz repräsentieren. Musik auf lateinamerikanischer Basis, die im Radio beschwingt klingt und in der Disco in die Beine fährt. Gespielt von jungen Leuten, die auch am Titelbild einer Popzeitschrift eine gute Figur machen, also der Chaser mit Pop-Identität. Schließlich seit 1977 erstmals wieder das Bestreben, Virtuosität, Gefühl und Seele in die Musik zu legen. Nach Jahren des Drei-Griffe-Punk und des vorprogrammierten Synthesizer-Pop treten erstmals wieder Leute auf, die versuchen durch Üben bessere Musiker zu werden, anstatt durch immer teurere optische Gimmicks das Publikum zu blenden. Die Jazz Defectors mögen noch nicht spitze sein, aber ein Anfang ist gemacht. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018